Was ist jetzt hier noch? Tür zu. Anja. Ja, vielleicht müssen wir uns mal. Müssen wir uns dann noch warten, oder? Ja, wir sollen nicht kennen. Ein Keil unter den Bunker legen, das ist ja gar nicht. Das ist der Bunker. Leicht an dich. Was man denn rückwirkend? Das ist der Bunker. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.